Hallo und herzlich willkommen bei SingStore24. In diesem Video geht es um die Auftragsbearbeitung und das Retourenmanagement und wie die Rückgabe eines Artikels bei uns abläuft, falls er Ihnen nicht gefällt oder für die vorgesehenen Zwecke nicht geeignet ist. Jeder Verbraucher hat bei uns die Möglichkeit, innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Bestellung sich von dem Vertrag zu lösen, indem er von seinem Widerrufsrecht gebraucht macht. Sie können dafür das Muster-Widerrufsformular, das der Lieferung beigefügt ist, verwenden oder uns eine formlose E-Mail-Nachricht übermitteln. Gerne können Sie auch das unten stehende Rückgabeformular verwenden. Wichtig wäre anzumerken, dass die 14-tägige Widerrufsfrist erst mit dem Erhalt der Bestellung beginnt. Die Lieferzeit wird da nicht eingerechnet. Auch wenn Sie nicht als Privatkunde, sondern als Unternehmen eine Bestellung aufgegeben haben, können Sie diese ebenfalls innerhalb von zwei Wochen zurückgeben, solange der Umfang der Bestellung die haushaltsüblichen Mengen nicht übersteigt. Wenn Sie den Artikel zurückgeben möchten, würden wir Sie bitten, die Sendung gut zu verpacken und den Rückgabebeleg, der der Lieferung beigefügt war, auch der Rücksendung beizulegen. Sollten Sie den Rückgabebeleg nicht mehr zur Hand haben, können Sie auch das Rückgabeformular auf unserer Webseite ausdrucken. Dort finden Sie auch unsere Rücksendeadresse. Bitte versenden Sie das Paket auf eigene Kosten mit einem Paketdienst Ihrer Wahl. Die Rückerstattung erfolgt in der Regel innerhalb von zwei bis drei Tagen nach Eingang der Rücksendung über die gleiche Zahlungsmethode, die Sie bei Ihrer Bestellung verwendet haben. Oft werden wir gefragt, warum wir keinen Paketschein für die Rücksendung zur Verfügung stellen. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden. Unsere Erfahrung zeigt, dass dies vorschnelle bzw. nicht durchdachte Bestellungen reduziert. Wir leisten damit unseren Beitrag zum Klimaschutz, indem wir unnötigen Verpackungsmüll vermeiden und den CO2-Ausstoß durch unnötige Transporte verringern. Dieses Vorgehen entspricht unserer Firmenphilosophie für grüne IT, auch wenn wir wissen, dass Großunternehmen wie Amazon oder Zalando das anders sehen. Wenn Sie weitere Fragen zur Rückgabe eines Artikels haben, kontaktieren Sie gerne unser Support-Team per E-Mail oder telefonisch.